Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über die aktuelle Halbleiterkrise, die vor allem die Autoproduktion lahmlegt. Experten rechnen nicht nur mit Millionen Euro Verlusten, sondern auch mit jahrelangen Auswirkungen. Des Weiteren schauen wir uns an, wie schlimm die Lage wirklich ist und hören, was verschiedene Experten dazu sagen. Wenn euch diese Themen interessieren, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Bevor es losgeht noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache, wie einige schon mitbekommen haben gibt's und seit kurzem auch bei Telegram. Folgt uns also auch unbedingt bei Telegram, um immer auf dem Laufenden zu sein. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir danken euch wirklich herzlich für euren Support. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Während der Corona-Krise wurde deutlich wie verwundbar die Weltwirtschaft ist und wie sehr die globalisierte Welt auf funktionierende Lieferketten angewiesen ist. Besonders hart hat es in diesem Zusammenhang die Autoindustrie getroffen. Seit Monaten leidet die gesamte Autoindustrie unter starken Lieferengpässen bei den Halbleitern, sodass wegen fehlender Teile viele Hersteller wie Audi und Daimler sowie VW oder BMW bereits in 2020 Kurzarbeit anmelden mussten. Doch auch im weiteren Verlauf diesen Jahres scheint sich die Lage nicht zu entspannen, im Gegenteil scheint sich die angespannte Lage möglicherweise noch zu verschärfen. Ferdinand Dudenhöfer vom Duisburger Car-Institut schätzt, dass die Industrie ohne Lieferengpässe und Einschränkungen in diesem Jahr 3,2 Millionen neue Autos hätte verkaufen können. Doch aufgrund des aktuellen Chipmangels wird es laut seiner Prognose mit nur rund 3 Millionen etwas mehr als in 2020 sein. Finanztreff berichtete hierzu. Zitat. Neuwagen seien momentan deutlich weniger verfügbar als sonst, stellte Dudenhöfer fest. Das habe Auswirkungen auf die verschiedenen Wege der Verkaufsförderung, die nahezu überflüssig geworden sei. Während die Internetrabatte für die gängigsten Modelle sogar noch leicht zulegten, sank der Anteil der Eigenzulassungen erheblich. Nur noch 24 Prozent sämtlicher Neuwagen wurden auf die Hersteller selbst oder auf ihre Händler angemeldet. Das sei ein fast normaler Wert, den man für Vorführautos und Dienstwagen erwarten könne. Auch die zuletzt boomenden Autoabonnements wurden mit Ausnahme eines neuen Shell-Angebots nicht mehr ausgebaut. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Als Folge der Krise berichtete auch der Managing Director bei Alex Partners Jens Haas, dass sich die Rohstoffe pro Fahrzeug seit 2020 verdoppelt haben und inzwischen 3600 US-Dollar betragen. Auch wenn sich der Markt zu Ende 2021 etwas beruhigen könnte, rechnet der Experte aufgrund der Lieferengpässe mit einem Produktionsausfall von bis zu 4 Millionen Fahrzeugen. Das entspreche einem Wert von rund 110 Milliarden Dollar. Das sind fast doppelt so viel wie noch Ende Januar diesen Jahres geschätzt worden war. Auch die weiter steigende Nachfrage nach Chips wird die aktuellen Lieferengpässe befeuern. Ecomento.de berichtete hierzu. Zitat Die Automobilindustrie sieht sich mit einer Negativspirale konfrontiert, die es zu durchbrechen gilt. Einzelereignisse wie die Havarie der Ever Given oder der Brand in der japanischen Chipfabrik im März haben das Problem jedoch nicht verursacht, sondern nur weiter verstärkt, erklärt Kleinfeld. In der Industrie 4.0 lösen Elektrochips nach und nach Öl als Motor fast jeder Wirtschaftsbranche ab, und ein Autobauer, der in den kommenden Jahren weniger Chips benötigt, ist längst nicht mehr denkbar. Zitat Ende Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Das größte Problem ist somit vor allem die weltweite Knappheit an Chips. Bestellungen aus Ende 2020 werden voraussichtlich erst im September 2021 bedient. Daher wird es auch zukünftig immer wieder zu Produktionsstops kommen. In neuen Autos können mehr als 100 Halbleiterelemente stecken. Fehlt auch nur ein einziges, kann das die Produktion des entsprechenden Modells komplett stoppen. Auch Volkswagen berichtete, dass noch nicht abgeschätzt werden könne inwieweit sich die weiterhin auswirken wird. Bereits im ersten Quartal diesen Jahres konnte der Hersteller ungefähr 100.000 der eigentlich geplanten Fahrzeuge nicht fertigen. Laut Business Insider könnte VW möglicherweise sogar bis zu 800.000 Autos weniger produzieren, jedoch wurde dieser Wert vom VW selber nicht bestätigt, da sich die Lage auf den Märkten aufgrund von Warenverfügbarkeiten täglich ändern könnte. CEO.de berichtete hierzu. Zitat. Zudem müsse man jenseits solcher Momentaufnahmen die Erwartungen zur Produktion für den Umsatz entscheidende Verkäufe trennen. Hier hätten die Pläne zum Gesamtjahr 2021 Bestand. Während des Corona-Einbruchs 2020 hatten Autobauer zunächst auch überschüssige Wagen aus Lagern abverkauft. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Doch Experten vermuten, dass die Autohersteller nur einen geringen Teil der Verluste durch den Abbau von Lagerbeständen abfedern können. Auch der VW-Einkaufsvorstand Morat Axel berichtete bereits im März 2021, dass es für die fehlenden Halbleiter keine schnelle Lösung gibt. Aufgrund der wenigen weltweiten Produzenten von Chips und der Konkurrenz in den Bereichen der IT, Unterhaltungselektronik oder Medizintechnik müssen die Lieferengpässe regelrecht ausgesessen werden. So musste beispielsweise auch die VW-Tochter Skoda aktuell aufgrund von Lieferengpässen die Produktion kürzen. Konnte Skoda die Auswirkungen des Chipmangels in den vergangenen Monaten noch gering halten, so hat sich Skoda mit der Metallgewerkschaft auf eine begrenzte Fertigung in den nächsten Wochen geeinigt. Während einige Experten mit einer Entspannung der Lage in 2022 rechnen, sieht beispielsweise der Intel-Chef Patrick Gelsinger noch jahrelang einen Chipmangel in vielen Bereichen der Industrie. Grund hierfür sei der massive Bedarf an Chips, die fragile Halbleiterlieferkette, sowie die langsame Reaktion der Industrie auf die ständig ändernden Anforderungen des Marktes. Da viele Chip-Hersteller auf Vorprodukte aus Asien angewiesen sind, kann sich die Lage jederzeit auch nach einer Entspannung erneut verschlechtern. Aus diesem Grund fordern nun immer mehr Experten und Politiker wie beispielsweise Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, dass die heimische Wirtschaft resilienter und autarker wird und eine gewisse Abkoppelung von China erfolgen muss. Wie abhängig die Weltwirtschaft vor allem von China ist, zeigt neben dem aktuellen Stau im chinesischen Hafen Yantian auch die Bedeutung der weltweiten Containerhäfen. Die zehn größten Containerhäfen der Welt befinden sich mittlerweile allesamt in Asien, sieben davon in China. Hamburg beispielsweise ist hier nur noch auf Platz 19. Hier hat Europa schon lange den Anschluss verpasst. Und was denkt ihr? Wie stark wird uns der Chip-Mangel noch treffen? Schreibt uns dazu eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, so dass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience 2 3 4 4 4 5 5 5 6 7 9 10 10 10